Hallo, leider kann es auch vorkommen, dass man hier in Indien krank wird. Nach unserem 22 Kilometer Lauf durch den indischen Dschungel habe ich mich ein bisschen verkürt und jetzt behandle ich mich mit Ayurveda. Dazu gehört Sitopaladikurna, das ist so ein Ingwerzweig, so sieht das aus, das riecht auch ein bisschen nach Ingwer, das tust du in einen Tee rein mit Honig und dazu gibt es abends ein Schluck Prisol von der Himalaya Company. Ja, und gucken wir einmal hier, genau. Die Zutaten, die stehen hier. Tausend Kräuter. Die werde ich jetzt trinken, abends zum Bett gehen. 10 Millimeter. Und es riecht ungefähr, also so ein bisschen nach Schwedenkräuter. Und es sieht auch so aus. Prost. Lecker schmecker. Ja, dann hoffen wir mal, dass ich schnell wieder gesund werde. Tschüss. Am frühen Morgen Politik, das macht richtig Spaß.